jetzt stehen da zwei jetzt bin ich verwirrt moin leute herzlich willkommen zu einer neuen folge project zomboid der p ist immer noch am aufräumen wir versuchen immer noch ein reaktor generator zu finden beides ist noch nicht zu hundertprozentig von der folge der folge grünt weil wir haben heute aber auch nicht immer wieder neue sachen findet wir räumen auf eine aufräumfolge ich muss ein generator suchen spaß bei dem nebel viel spaß wasserflasche auffüllen trinken dem nebel wird das lustig da war nix da war nix und da war auch nix man sieht vielleicht nix zumindest nicht über die großen aber ja eigentlich generell ist das gerade echt scheiße und besser sein und ich habe vergessen zu essen ja deine brauchen muss ich noch ja da hinten war nix ja wo könnte noch was sein ich meine ich hätte noch einen zweiten generator mal hier vorne auch irgendwo gefunden der steht glaube ich am zaun wenn ihr noch keiner geholt hat wird nicht der jetzt schon steht und zwar ist das nicht der da hatte ich ja einen anderen irgendwann mal genommen jetzt habe ich ja nicht über den zaun und dann habe ich ihn da stehen lassen ich habe dann irgendwann woanders mal eingeholt meine ich ich gesagt habe ich gehe da nicht lang da sind zu viele zombies ich guck mal ansonsten sind hier meine ich auch eher noch generatoren in den garagen als sonst wo gut aber da haben wir schon alles aufgesucht die ganzen häuser ja aber wir haben ja aber wir haben ja nie geht die generatoren herausgeholt also ich kann mich daran erinnern ja aber man hätte wenn wir einen gefunden hätten uns hat zumindest irgendwie markiert ich habe noch nie was markiert so hatte ich den einen auch irgendwo her nicht da rein ja ne über den zaun ich guck halt einfach mach nicht dass wir weit übersehen müsst ihr einfach hier so stehen oder können ja irgendwo drin sein das sind auch die meisten die in irgendwelchen schuppen ja das sind aber nicht in containern die stehen da rum ok und war es jetzt am zaun hast du den da gefunden im zaun habe ich nichts gesehen aber ich bin auch nicht den ganzen zaun lang gelaufen also da wo ich dachte dass ich den generatoren ja ja dann haben wir ja einen ja dann haben wir doch den gut hat er angeblich immer noch da steht ja dann kann dann kannst du den nicht tragen aber ist ja zu schwer jetzt stehen da ja jetzt bin ich verwirrt wo bist du siehst du mich auf der k ich bin hinten am zaun links von dir sozusagen ja ich komme mal super stehen zwei generatoren und eintrag ich gerade weiß nicht warum aber die scheiße hier viel zu multiplizieren ja wunderbar ich nehme auch noch mit und der steht da immer noch ja ja ok ja sehr gut wie viel brauchst du p da oben ist vorzunehmen da oben ist vorzunehmen wir müssen ja nur einmal hier komplett raus und die hauptstraße oder durchs wohngebiet durch kannst du dir aussuchen deswegen hätte ich den damals hier stehen lassen ich würde jetzt halt hier hinten lang gehen ja dann hier durch das waldstück oder was so dumm wie das eigentlich ist aber ja warum schleichst du eigentlich falls sich level lässt dadurch und man auch leise unterwegs ist ok gerade wenn ich halt so ein generator mit mir rum schleppe finde ich leise sein in der zombie apokalypse jetzt gar nicht mal so verkehrt nach der gleiche typ der mit schrotflinte durch den wald rennt weißt du ja dann trage ich aber auch keinen generator vor mir her wir nennen dieses video how to tube generator in project sombo da kriegen wir die klicks weißt du wir wissen wie wir das gemacht haben ja keine ahnung wir haben den einfach ungefähr das ist ganz einfach zehn tage da stehen lassen in folge in folge in folge acht habe ich gezeigt wie es geht vielleicht auch neun müsst ihr beide mal gucken da erfahrt müsst ihr einfach mal ein bisschen jetzt hier die ganze folge nochmal durchgucken dann seht ihr das ja eigentlich war der trick ganz einfach aber wir wollen uns jetzt auch nicht alles verraten naja ist jetzt auch nicht ja das hat der team damals bewusst genau so hingestellt genau der trick ist du musst das halt acht mal versuchen damit über den zaun zu klettern da musste jemand erzählen dass das nicht geht weil er zu schwer ist und dann lässt du den einfach da stehen das ist der trick das ist schon der ganze trick das ist schon der ganze trick so ich unterstehe doch mehr generatoren soll ich noch einen holen hol noch einen wir brauchen vor allem ein banteng ein banteng genau mal einen davon damit jonglier hier ein bisschen 10 wohl 10 im auto und dann einen generator ins auto stellen ok du kannst auch gerne mit generator bis zur tanke latschen aber ja ja warum nicht muss jetzt nicht so unbedingt soll ich schon mal benzin kanister holen wir sind unten in der gerade in dem hängeregal sind die ganzen benzin kanister sagt er mir wenn ich gerade oben bin weißt du hast ja nicht gefragt wenn ich dann wissen was du gerade machst jetzt auch kein geheimnis dass ich hier sachen am sortieren bin hast du mitgekriegt bin ich mir ziemlich sicher ja habe ich habe ich habe ich mitgekriegt ich nehme mal damit alle am besten sieben stück ja ja alle alle mitnehmen und alles voll machen dann halt ne ja generale bleibt ja dann da stehen wo ist der dem roten oder ich bin an dem vorher wäre oder da wird anscheinend keine keine kein koffer rum gibt es doch da da das inventar äh wo äh so habe ich den jetzt den generator nicht mehr weiß ich nicht ich habe doch gerade ein generator ein ein tube ist geht nicht richtig ist hier vielleicht ein anderes auto geparkt schon nein ich habe vor ich habe mir hier den blauen angeguckt wenn ich auch sorry äh war jetzt draußen jetzt ich kann jetzt nicht zurück laufen mit dem generator in der hand Tür ist jetzt offen hm komisch möchtest das feuerwehrauto nehmen ja na hätte ich jetzt gesagt ich habe halt keine ahnung wo der generator hin ist hm ich hätte jetzt verschwindet einfach wenn man den halt abstellt entsprechend so generator ist im kofferraum äh benzinkanister hast du auch bei habe ich auch bei kann ich auch im kofferraum legen wenn du willst ne ich frage nur ja ja wir müssen dann ja gleich wir müssen ja gleich erstmal irgendwie ein bisschen an benzin kommen damit wir den generator befüllen können damit wir ähm ich sollte vielleicht verdessen naja das geht doch dann spielt der generator ok sehr gut ja nimm doch den ein wander generator da ja ja und ne man ex 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 1,2, 1,2, 1,2 Ah ja, und so und so, Leute, was geht bei euch? Weihnachten gut überstanden oder nicht so? Also ich rede jetzt mit unseren Zuschauern, ne? Weil wir haben ja noch vor Weihnachten, quasi. Also vor und nach Weihnachten gleichzeitig, wenn die Folge rauskommt, das ist verrückt. Quasi. Pure Magie. It's magic. Zeitgapselblasen Entertainment. Will ich gerade, wo hat man denn eine Tankstelle? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich hätte es so genau auch nicht sagen. Wahrscheinlich hier rechts runter irgendwo. Weil ich einer am Supermarkt da hinten bin. Ja, komm doch mal da hoch. Guck mal, riecht die Gasse her. Scheiß auf CO2-Steuer. Ja, laufe mir vor die Karre, Scheiß-Zombie. Geh so. Mann, ey. Ich meine, hier links irgendwo. Oder? Naja. Was müsste das denn für eine Farbe haben? Das ist Bifo. Hier, danke. Ja. Die ist gar nicht auf dem Map eingezeichnet. So wunderbar. Freiräumen. Ich würde dir den Motor mal ausmachen, aber... ...lässt er mal laufen. Ja. Da habe ich die Klimaanlage aus mit dem Wetter. Habe ich den angelassen? Ja. Der geht automatisch aus. Mülltag. Wie funktioniert das jetzt? Wir brauchen... ...Sprit. Deswegen Benzinkanister. Ja, ja. Die habe ich ja. Ja, wir müssen noch mal eben gucken, ob wir hier ein Auto haben, wo wir Sprit rausziehen können. Hinter dir läuft ein Zombie auszudem. Der hat keinen Kraftstoff. ... an die zapfsohlen stellen mit sprit befüllen und dann sagen generator anschließen mache ich schon mal so ein zwei zombies aber weg weil die kommen nämlich gleich wie macht man das wenn du am auto stehst v drücken v wie vehicle okay kraftstoff absaugen hat er dann generator nähe so muss der generator hin einfach neben die zapfsäule oder nehmen die zapfsäule dann rechtsklick auf den generator quasi an das generator anschließen elektriker beruf oder er lernt das wissen für den betrieb benötigt ich kann den nicht anschließen und wirst du noch richter den uns gelesen ok kommt sofort weil ich kann treibstoff schon mal einfüllen haben wir mittlerweile so ein buch ja das war aber die ganze zeit schon wenn ich da habe ich derzeit ganz anders als den ersten 1 als den ersten er hat er geholt habe ich noch gefragt haben wir so eins nein und dann habe ich auch nie wieder gehört dass wir sogar haben so generator ich kann anschließend also musiert gelesen haben sind ja von mir so viel zombies von schalten jetzt kannst du jetzt ist es treibt stoff abzapfen können ja mache ich das kann gucken sich dann mehr dran ach der hat ja kein sprit mehr ganz schön alle voll machen ins auto packen hat mit direkt betanken dass sie irgendwie ein bisschen schwierig ganz über ein bisschen kann ist ja dann kann der team oder indirekt bedanken die generator konvert hier stehen lassen wir machen auch gleich einfach nur aus und lassen die schau halt nur vorher einmal füllen naja bevor wir gehen das war mal einer tank auf jeden fall machen sollte erstmal schön eine rauchen ja sehr sehr durch soll die ganzen waffen und munition die lese jetzt einmal mit spinnen da drin aber habe ich mal jemanden fähig wert reicht aber dann sollte ich jetzt ziemlich alles sortiert haben jedes item auf meinem arm einmal mit das ist in der hand gehabt nice easy wie mir der loot alkohol pflaster ist hilfezeug praktisch wasserflasche mal mein rucksack also erst mal genug gebaut und sortierten könnte ein paar wasserdingens auf dem dach könnte man noch welche anschließen oh gott was so viel süßigkeiten ja auch lehrer bezimmer ist da alter es ist eh gerade unterwegs und so lange geht die folge mehr kommen dann brauche ich eben noch zumindest eine waschbecken hier anschließen okay ich bin mehr als überladen wir haben jetzt 29 kilo dabei von 18 das gute ja ja ich mache den karren gerade noch mal voll hier der dinge ins generator ist voll ja ich habe noch zwei leere benzin kann das hat die poli schon mal ins auto also jetzt haben wir hier 58 prozent kraftstoff sollte für den anfang erreichen nur noch dann vier volle benzin kanister generator ist voll das sollte doch erstmal lang so hat er da drin irgendwas zum essen ja geil immer ein so eine schiebsbacke um wunderbar das hat überhaupt gar nichts gebracht nee da muss ein bisschen mehr von essen so ein saatgut kann man glaube ich nicht essen aber kann man ihn bauen kannst du anbauen ja moment sind da nur erdbeeren so alles klar gut hast du den ausgemacht ja der ist aus ja okay wirst du sonst aber auch hören der ist relativ laut ja der macht ein bisschen krach ist so ein bisschen die herausforderung in deiner base an du machst es halt auch zurück und ich mach mal ein bisschen besuch ne ja nein 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 mach ich definitiv nicht dann ich kugel das fenster herunter strecke meinen kopf hinaus zieh durch ne ich mach das auto definitiv nicht kaputt hab ich auch nicht gesagt ich hab nur gesagt zieh durch so damit haben wir noch ein waschbecken mehr angeschlossen 3 geiler scheiß ich wollte gerade sagen wo will er hin ja noch weiter weg wie schwer die scheißbeziehkanister sind nicht tut 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 piepser hat er tschuldigung ich find das witzig die hat ja hier die ganze porno sammlung mitgenommen oder wat exposer survival the cock show genau ich nehm die benzinkanister ich hab damit überhaupt gar nichts zu tun vielleicht solltest du richtig lesen weil das heißt the cook show aber ist ok ja das würde ich jetzt auch sagen an deiner stelle dass das the cook show heißt warum haben wir eigentlich 5 leere benzinkanister dabei weil du einen mitgebracht hast und ich sagte ich hab dann noch 4 volle und 4 leere ich pack die leeren dann auch mal da rein oder sollen wir die nochmal voll machen dann bist du losgefahren ja voll machen ich meine wenn du jetzt hier so einen generator voll machst dann das ist ein halber kanister ok recht ja war einer einer dann ist er bei 80 prozent egal wer in der nächste folge mal strom machen der läuft an sich gedeiht bei erdbeeren steht gedeiht ja und dann muss mehr kam einfach noch haben in die kiste hier die gleiche idee gehabt richtig ja jetzt kann ich den rucksack komplett zum transportieren benutzen kann ich einfach sagen voll machen und gut ist ja das ist dann irgendwie einfacher als immer zu sagen das muss wer die benzin kanister die leeren kannst du eigentlich im auto lassen ne ich tue die leeren jetzt auch wieder eine wasserflasche müsstest du noch mitnehmen den rest habe ich im rucksack ja mache ich kein problem gut ich wollte mir noch zu ende wenn sie immer wir haben jetzt generator wir haben eigentlich die wichtigsten sachen jetzt soweit zusammen ich sage nicht so gucken wir mal wie viel zombies kann man mit so einem generator anlocken andere base vielleicht können wir dann bald ja mal einen ausflug in die nächste stadt machen das wäre es doch urlaub jetzt haben wir ja benzin für autos geil und daher lassen gerne durch und schreibt mal irgendwie euer weihnachtsfest war euer wutschdienst neue jahr vielleicht war und dann sehen wir uns nächste woche wieder bei projektsomboid ciao